Adidas X16-1 Prime Knight Mit dem Prime Knight gibt es einen Fußballschuh, der sich vor allem auf Ballkontrolle ausgelegt ist und einen hohen Komfort vermittelt. Mit dem Adidas X16 Prime Knight bekommt ihr ein Material, das im vorderen Bereich aus Prime Knight besteht, das heißt ein Knighted Material, das auf Ballkontrolle ausgelegt ist und zudem eine extrem gute Passgenauigkeit bietet. Wie bei allen Top-Schuhen kommt der Prime Knight mit einer NSG-Beschichtung, das heißt einer Beschichtung, die dafür sorgt, dass man optimalen Grip in allen Wetterlagen hat und in jeder Spielsituation. Zudem kommt im hinteren Bereich ein hoher Sockliner zum Einsatz. Der elastische Sockliner sorgt dafür, dass die Fußballschuhe und eure Füße selbstverständlich zu einer Einheit werden und somit noch mehr Stabilität gerade im Bereich der Knöchel vergeben ist. Im unteren Bereich kommt eine Sprint Frame Sohle zum Einsatz, die dafür sorgt, dass die Fußballschuhe trotz der Features ein relativ geringes Gewicht haben. Zudem kommt ein Rundnockensystem zum Einsatz. Ein Rundnockensystem hat immer den Vorteil, ihr habt einen hohen Laufkomfort und kommt in den Boden gut rein, könnt euch auch schnell wenden und deswegen ein Rundnockensystem, Ground Control genannt, kommt beim Adidas Ace 16 Primelight zum Einsatz. Die Adidas Ace 16 Primelight in diesem Look sind die neue Farbkonstellation für die komplette Saison 2016-2017.